Die Mentalität im Team stimmt, das ist schon mal ein ganz großes Plus für uns. Die Intensität im Training ist natürlich sehr hoch. Wir trainieren jeden Tag zweimal mit Läufen, alles drum und dran. Also bis jetzt ist der ordentlich Zug dahinter. Es folgen noch weitere harte Tage, von dem her haben wir noch ein hartes Programm vor uns.